Hallo und herzlich Willkommen zu Action Figure District und der Auflösung unseres ersten Gewinnspiels. Die Antwort auf die Gewinnspielfrage lautete natürlich Herschel Green und zu gewinnen gibt es diese Bloody Betty. Betty stelle ich mal hier hin. So, wir kommen jetzt zur Ziehung des glücklichen Gewinners. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und das klärt auch die Frage, warum ich heute diesen Hut trage. So, können wir vergessen. So. Und das bringt uns jetzt zu unserer Glücksfee Britta. And the Bloody Betty goes to... Jens Lippe. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.